2018 kam das wunderbare Spiel King & Come Deliverance auf Microsoft und der Playstation. Jetzt aber soll das faszinierende Mittelalter-Spiel auf die Switch kommen. Ich bin gespannt, denn seit 2018, als wir das Spiel zu Ende gezockt haben und einfach in dieses wunderbare Mittelalter-Spiel, sag ich mal, vertieft waren, haben wir uns gefragt, wann wird es einen zweiten Teil geben? Ich vermute und ich hoffe auch, mit diesem Switch-Spiel wird es auch irgendwann zu einem zweiten Teil kommen. Ich bin mega Fan und ich sage euch so, wie es ist, wenn dieser Teil auf die Switch kommt, ich werde es auf jeden Fall noch einmal zocken. Der Nostalgie, auch wenn es noch gar nicht so alt ist, das Spiel, werde ich es einfach so, so, so gern zocken. Wie findet ihr das, dass dieser wunderbare Teil auf die Switch kommt? Das ist ein Weekend. Ich bin mega Fan und ich bin mega Fan und ich bin mega Fan und ich bin mega Fan.